Über 500 Jahre lang war Chinas verbotene Stadt ein geheimnisvoller Ort prachtvoller Machtentfaltung. Dann wird sie zum Schauplatz einer welthistorischen Wende. Das Schicksal dieser Frau ist untrennbar mit der Palaststadt verbunden. Mit Charme und Kalkül gelingt es der Konkubine Jehenara, die Gunst des Kaisers zu gewinnen. Sie schenkt ihm einen Sohn und sichert damit den Fortbestand der Dynastie. Mit unbändigem Willen setzt sie sich gegen ihre Feinde bei Hofe durch und steigt zur Herrscherin über das Reich der Mitte auf. Doch die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm, der vor den Mauern der verbotenen Stadt nicht Halt machen wird. Mit aller Macht will die Konkubine das Reich vor dem Untergang bewahren. Als Kaiserin Witwe Sisi sollte sie in die Weltgeschichte eingehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles begann wie im Märchen. Ein Märchen von einem 15-jährigen Mädchen aus einer verarmten Adelsfamilie in Peking. Und einem jungen Prinzen, der nach dem Tod seines Vaters Herrscher eines Weltreiches wird. Die verbotene Stadt im Jahre 1850. Noch trägt der Hofstadt Trauer. Doch schon bald wird es im Palast nur noch ein Thema geben. Wer wird die Gemahlin des 20-jährigen Chen Feng, des neuen Kaisers der Qing-Dynastie, die seit mehr als 200 Jahren das Reich der Mitte regiert? 60 Mädchen aus der Sippe des Herrscherhauses wird befohlen, sich in der verbotenen Stadt einzufinden. 60 Mädchen, unter denen die Mutter hier entfängt, die Gemahlin des Kaisers und seine Konkubinen auswählen wird. Der Ober-Eunuch nimmt die Anwärterinnen in Empfang. Unter ihnen ist auch die 15-jährige Jehenara. Vor dem mächtigen Tor des himmlischen Friedens heißt es, von der Familie Abschied zu nehmen. Denn keinem gewöhnlichen Untertan ist es erlaubt, die verbotene Stadt zu betreten. Jehenara aber betritt zum ersten Mal das Allerheiligste des Reiches. Eine fremde, magische Welt. Über eine der fünf Brücken, die den Goldwasserfluss überspannen, führt ihr Weg an den prunkvollen kaiserlichen Palästen vorbei durch ein Nebentor ins Zentrum der verbotenen Stadt. Hier erhebt sich majestätisch die Halle der höchsten Harmonie, die Mitte der Welt. Der atemberaubende Anblick wird seine Wirkung nicht verfehlt haben. Und das war sicher auch die Absicht ihrer Erbauer. Doch die Weite der Plätze, die Symmetrie der Paläste, das Zusammenspiel der Farben, jedes Detail in der verbotenen Stadt, diente auch einem höheren Zweck. In ihrer Architektur steckt ein spiritueller Code, der erst auf den zweiten Blick entschlüsselt werden kann. Die gesamte Anlage der verbotenen Stadt folgt den Gesetzen des Feng Shui und der Lehre von Yin und Yang. Yang steht für den hellen, warmen Süden, Yin für den dunklen, kalten Norden. Daher verläuft die Hauptachse der Anlage genau von Süden nach Norden. In der verbotenen Stadt sollten sich beide Kräfte in perfekter Harmonie befinden. Doch der Feng Shui-Lehre zufolge musste sich auch stets Wasser im Süden und ein Berg im Norden eines Bauwerks befinden. Es gab jedoch weder das eine noch das andere. Daher halfen die Baumeister mit künstlichen Mitteln nach. Im Süden legten sie den Goldwasserfluss an. Im Norden errichteten sie einen Berg, den sogenannten Kohlehügel. Der Berg sollte die verbotene Stadt vor bösen Geistern schützen, aber auch die kalten Winde im Winter abhalten. Der Fluss bildete das Gegengewicht zum Berg, doch sorgte er auch für Kühlung im Sommer. Das spirituelle Streben nach Harmonie brachte also auch ganz praktische Vorteile mit sich. Spirituelle Architektur, strenges Ritual. Auch die Auswahlkriterien für kaiserliche Gefährtinnen sind genau festgelegt. Die Auswahl zu treffen ist das Privileg der kaiseren Mutter, der ranghöchsten Frau bei Hofe. Der unangenehmste Teil der Prüfung ist die körperliche Untersuchung. Hat das Mädchen Schönheitsfehler, Mund- oder gar Körpergeruch? Ist sie noch Jungfrau? Als nächstes, Dame Jehenara, tretet bitte vor und nehmt euer Verlobungsgeschenk entgegen. Viele waren auf mich eifersüchtig, da ich damals als schöne Frau galt, soll Jehenara einmal gesagt haben. Die kaiserin Mutter war wohl nicht ganz ihrer Meinung. Sie wird zur Konkubine fünften Ranges ernannt. Es ist der niedrigste. Das große Los zieht ein anderes Mädchen. Sie soll die Gemahlin des Kaisers werden, der Dynastie einen Thronerbenschinken. Und wird damit zur größten Konkurrentin Jehenaras um die Gunst des Herrschers. Während der Hochzeitszeremonie sieht Jehenara ihn zum ersten Mal, Kaiser Chienfeng. Der Himmelssohn ist das einzige zeugungsfähige Lebewesen in der verbotenen Stadt. Einem Universum, bevölkert von über 3000 Eunuchen und fast ebenso vielen Frauen. Nach chinesischer Vorstellung kommt es während des Hochzeitsrituals zur Vereinigung der beiden Kräfte, Yin und Yang. Denn Yin steht für die weibliche, erhaltende Kraft. Yang für die männliche, erschaffende Kraft. Oberstes Prinzip ist perfekte Harmonie zwischen beiden Kräften, um die Ordnung der Welt zu erhalten. Eine Vorstellung, die sich in der verbotenen Stadt überall widerspiegelt. Ein wesentliches Gestaltungsprinzip in der verbotenen Stadt ist die Harmonie von Yin und Yang. Yin steht für das weibliche und Yang für das männliche Prinzip. Daher befindet sich der Wohnpalast des Kaisers genau im Süden des inneren Hofs. Denn der Süden steht für das männliche Prinzip Yang. Dieses Gebäude wurde Palast der himmlischen Reinheit genannt, da auch der Himmel dem männlichen Yang zugeordnet ist. Im Norden liegt der Wohnpalast der Kaiserin, der den Namen Palast der irdischen Ruhe erhielt. Denn Norden und Erde stehen für das weibliche Yin. Genau zwischen diesen beiden Gebäuden befindet sich der Palast der Vereinigung von Himmel und Erde, in dem Kaiser und Kaiserin in der Hochzeitsnacht zusammentrafen. An diesem Ort berühren sich Himmel und Erde. Hier sind Yin und Yang in perfekter Harmonie. Das Prinzip des Yin des Weiblichen, des Nichthandelns, hat tragische Folgen für das Leben der Frauen in der verbotenen Stadt. Im Palast des barmherzigen Friedens leben die Konkubinen des verstorbenen Kaisers. Jehenara blickt in Gesichter, die gezeichnet sind von der Leere und Sinnlosigkeit eines Lebens, das aus nichts anderem bestand als zu warten. Manche hatten ein Leben lang vergebens auf einen Ruf ins Schlafgemach des Kaisers gehofft, einige ihn nicht einmal mit eigenen Augen gesehen. Steht Jehenara das gleiche Schicksal bevor? Eine Alternative hat sie nicht, denn als Konkubine darf sie die verbotene Stadt nie mehr verlassen. In der Eintönigkeit eines minutiös geregelten Tagesablaufs werden Sekunden zu Stunden, Tage zu Wochen. Zwei Jahre vergehen, ohne dass Kaiser Hienfeng sie je zu sich gerufen hätte. Aus dem Märchen ist ein Albtraum geworden. Ein Leben, eingesperrt in einen Käfig aus purpuren Mauern und goldgelben Dächern. Kleine Orchidee hat man Jehenara genannt, als sie noch ein Kind war. Sie war mit ihren Geschwistern am Yangt-See-Fluss im Süden Chinas aufgewachsen. Ihr Vater war zwar nur ein Beamter niederen Ranges, aber immerhin gehörte ihre Familie zur herrschenden Manschu-Minderheit. Jehenaras Vater legte großen Wert darauf, dass seine Kinder von den ruhmreichen Taten ihrer Ahnen erfahren. Ich kann etwas über die acht Banner der Manschu-Clans erzählen. Dies ist das einfarbige blaue Banner. Im Jahre 1644 hatten die acht Banner der Manschu, eines mongolischen Volksstammes, China, erobert. Sie vertrieben einheimische Rebellen, die die bis dahin herrschende Ming-Dynastie gestürzt und die verbotene Stadt geplündert hatten. Auf dem Kohlehügel im Norden der verbotenen Stadt entdeckte ein General der Manschu-Truppen das letzte Zeugnis des Untergangs. Hier hatte sich der letzte Kaiser der Ming an seinem Seidengürtel erhängt. Jetzt waren die Manschu, die neuen Herren in der verbotenen Stadt. Qing nennen sie sich, die Reinen. Die Übernahme der chinesischen Herrschertradition verhindert jedoch politische und gesellschaftliche Reformen. Während sich der Rest der Welt Mitte des 19. Jahrhunderts rasant veränderte, richtete sich China weiterhin nach einem Kodex jahrhundertealterrituale. Dame Jehenara, ich weiß, dass ihr jederzeit meinen Tod befehlen könnt, sollten meine Worte missfallen. Sprich frei heraus. Euer Diener an der Hai kann für euch von großem Nutzen sein. Es mag sein, dass das Glück im Augenblick nicht auf eurer Seite ist, aber vielleicht kann ich dazu beitragen, den Kaiser auf euch aufmerksam zu machen. Wie kannst du es wagen, dir solche Reden anzumassen? Bestraft mich, bestraft mich, bestraft mich! Der Sklava hat den Tod verdient, der Sklava hat den Tod verdient! Genug, hör auf damit! Der Oinuch Anderhai hatte die eisernen Regeln der Hofetikette gebrochen. Jehenara muss ihren ersten Diener bestrafen. Andererseits kann sie auf der Suche nach Verbündeten bei Hofe wählerisch sein. Na gut, ich habe es mir überlegt. Was schlägst du vor? Was willst du für mich tun? Lasst mich euer Auge und Ohr am Hofe sein. Ihr könnt keinen Schritt tun, der unbemerkt bliebe. Ich jedoch kenne die Wachtposten und kann in den Palästen ein- und ausgehen wie eine Katze. Wenn ihr mir die Erlaubnis erteilt, werde ich Auskundschaften, wie eure Hoheit den erhabenen Kaiser auf sich aufmerksam machen kann, damit eure Gunst bei Hofe bald schon steigt. Nur Oinuchen wie Anderhai haben zum inneren Bezirk des Palastes Zutritt. Daher gehören etliche Kastraten zu den einflussreichsten Personen in der Palast-Hierarchie. Der mächtigste unter ihnen ist der Ober-Oinuch. Eines seiner Privilegien besteht darin, dem Kaiser jeden Tag Jadetafeln mit den eingravierten Namen seiner Frauen vorzulegen. Der Sohn des Himmels erwählt dann diejenige, mit der er am Abend das beteilen will. Mithilfe ihres umtriebigen Dieners Anderhai bittet Jehenara den Ober-Oinuchen zu einer Audienz. Ehrenwerter Shem, ich möchte Ihnen ein bescheidenes Geschenk überreichen. Herrin, das ist seiner Majestät Verlobungsgeschenk. Ein einmaliges Stück, ein Liebespfand, etwas derartiges... Es freut mich, dass Sie seinen Wert erkennen. Er wird noch viel größer sein, wenn ich dem Kaiser erst einen Sohn geschenkt habe. Gewiss, Dame Jehenara, ich verstehe. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Herrin. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, ist alles geregelt. Aber was wäre, wenn... Seine kaiserliche Hoheit an jenem Tag eine andere zu sehen wünscht? Keine Sorge, Herrin. Ich habe meine eigenen Methoden, den Wind in der verbotenen Stadt zu wenden. Ich werde seiner Majestät Appetit anregen, indem ich eure Schönheit preise. Jehenaras raffinierter Schachzug zahlt sich aus. Tatsächlich wählt der Kaiser Jehenara, um mit ihr die Nacht zu verbringen. Einen ganzen Tag lang wird sie darauf vorbereitet. Entharrt, gebadet und nun eine seidende Decke gehüllt, wird sie nach Einbruch der Dunkelheit in die Gemäche des Kaisers gebracht. Niemand weiß, wie die erste Begegnung Jehenaras mit Kaiser Xinfeng verlief. War sie auf diesen Moment vorbereitet worden? Eunuchen wie Shim wussten sicher um die Vorlieben des Kaisers. Der Liebesakt mit Konkubinen diente nach dem Ritus der Lehre von Yin und Yang jedoch nicht der Zeugung eines Thronfolgers. Vielmehr sollte sich der Herrscher zurückhalten, um bei der Vereinigung des weiblichen Yin und männlichen Yang seine Kraft zu stärken. Eine Schwangerschaft sollte der Kaiserin vorbehalten bleiben. Musik So jedenfalls die Theorie. Musik In jedem Fall bleiben die Eunuchen im Raum, um das Geschehen später minutiös zu protokollieren. Musik Nach den Regeln des Rituals schlief Jehenara nach dem Liebesakt allein, auf der Seite liegend. Denn nur dem Kaiser war es gestattet, sein Gesicht im Himmel zuzuwenden. Was immer jedoch in dieser Nacht geschah, Jehenara hatte ihr Ziel erreicht. Weiter drei Monate lang blieb sie Nacht für Nacht die Gefährten des Kaisers. Musik Das Schicksal meint es gut mit der jungen Konkubine. Am 27. April 1856 bringt Jehenara einen Sohn zur Welt. Als Mutter des Thronerben ist sie nach der Kaiserin nun die ranghöchste Frau im Reich. Musik Doch ihr kometenhafter Aufstieg hat seinen Preis. Ihren Sohn Sai Jun wird sie kaum zu Gesicht bekommen. Denn seine Erziehung liegt in den Händen der Kaiserin und der Hof-Eunuchen. Musik Der Thronerbe hat schon als Säugling gottgleichen Status. Er sichert den Fortbestand der Dynastie. Musik Würde sich Jehenara aber mit ihrer Rolle abfinden? Musik Während sich der Hofstaat in der verbotenen Stadt der Gunst des Himmels sicher glaubt, droht die Welt jenseits der Mauern aus den Fugen zu geraten. Musik Überschwemmungen zerstören die Ernten. Es herrscht Hungersnot. Das Elend führt zu Aufständen, die blutig niedergeschlagen werden. Und Ausländer, allen voran Briten, bedrängen das Reich von außen. Seit jeher hat sich China dem Einfluss der fremden Barbaren verschlossen. Doch nach dem Ersten Opiumkrieg 1840 erstritt sich England die Öffnung von Handelshäfen mit Weitern. Waffengewalt. Jetzt fordern auch andere europäische Staaten eigene Konzessionshäfen und stellen die Bedingung, auf Augenhöhe mit den Chinesen zu verhandeln. Musik Der kranke und seines ritualisierten Tagesablaufs überdrüssige Kaiser ist dieser Situation kaum gewachsen. Bei der Erledigung seiner Amtsgeschäfte lässt er sich vielmehr von seiner Lieblingskongubine Jehenara zur Hand gehen. Eure Majestät, ich habe diese Unterlagen studiert, eine Eingabe eurer Schatzbeamten. Hier, ich finde, ihr solltet zustimmen. Einverstanden. Ein Sakrileg und ein unglaublicher Bruch des traditionellen Rollenverständnisses. Jehenara jedoch erlebt zum ersten Mal das Gefühl imperialer Macht und findet Gefallen daran. Eure Majestät, Prinz Gung und der Ehrenwerde so schon bitten, empfangen zu werden. Sie mögen eintreten. Jawohl. Schon bald wird ihre Einmischung in Regierungsgeschäfte ein offenes Geheimnis sein, das sie mit Kalkül selbst gelüftet hat. Eure Majestät, Briten und Franzosen bestehen erneut auf einer Audienz, um die Eröffnung diplomatischer Vertretungen zu erörtern. Das Ersuchen dieser Barbaren ist anmaßend. Sie werden Beijing nicht betreten. Aber sie sind nicht allein, sie werden von Truppen begleitet. Sollte man nicht doch eine Audienz gewähren? Auf keinen Fall. Sie sollen alle sterben. Majestät, ich schlage vor, den britischen Botschafter als Geisel zu nehmen, auf das sich ihre Truppen zurückziehen. Eure Majestät. Ich bin der Auffassung, China hat schon genug Demütigungen durch die Barbaren hinnehmen müssen. Die Zeit der Zugeständnisse ist endgültig vorbei. Ohne Gewalt ist die Harmonie nicht aufrechtzuerhalten. Unser starkes Volk soll sich auf seine kämpferischen Tugenden besinnen. Und die weißen Teufel davonjagen. So soll es geschehen. Die 20-köpfige Delegation der Franzosen und Briten wird in Arrest gesetzt und in einem Triumphmarsch nach Peking transportiert. Überall schlägt ihnen blinder Hass entgegen. Nur mit Not gelingt es den weißen Teufeln, wie sie genannt werden, ihre Haut zu retten. Die Demütigung, die China anhand der westlichen imperialistischen Mächte erfahren hatte, der Sturz vom Reich der Mitte auf den Status einer Halbkolonie, sind dramatische Schlüsselerfahrungen für China, die also die Politik, vor allem auch die Außenpolitik Chinas, bis in die heutige Zeit geprägt haben. Und die also für das Verständnis chinesischer Politik auch in der jetzigen Zeit sehr wichtig sind. Nach dem Zweiten Opiumkrieg flackerten nach einem ersten erfolglosen Friedensschluss dann die Kämpfe wieder auf und führten dann 1860 zur Entsendung eines Expeditionskors nach Peking. Die modern bewaffneten Europäer schießen sich den Weg zur Hauptstadt frei. Der Hofstaat ergreift die Flucht aus der verbotenen Stadt. Ein nie dagewesener Vorgang in der chinesischen Geschichte. Der Kaiser bricht zur traditionellen Jagd in die Sommerresidenz auf, heißt es daher offiziell. Jehenara hat sich der Entscheidung zur Flucht vehement widersetzt. Es war der erniedrigendste Moment meines Lebens, schreibt sie später. Dennoch flieht auch sie. Ehrenwerter Schem. Ehrenwerter Schem. Ist mein Sohn hier? Es ist aber nicht nur Mutterliebe, die sie dazu treibt. Denn sie gäbe das einzige Faustpfand aus der Hand, das ihre Position bei Hofe sichert, wäre sie in Peking geblieben. Die Entscheidung mitzugehen, würde sich bald als richtig erweisen. Die Europäer lassen ihre Wut an den Schätzen des Sommerpalastes aus, wo die Delegation gefangen gehalten worden war. Prunkvolle Gärten, deren Anblick jahrhundertelang nur wenigen vorbehalten war, versinken in Schutt und Asche. Die Nachricht raubt Kaiser Hienfeng den letzten Lebenswillen. Der Sohn des Himmels liegt weit ab von Peking im Sterben. Doch er hat seine Nachfolge noch nicht geregelt. Der Tradition zufolge muss er seinen Sohn selbst ernennen. Mit eigenen Worten seinen göttlichen Willen kundtun. Je Naras Feinde am Hof wollen das verhindern. Majestät! Ich muss zu seiner Majestät! Lass mich zum Kaiser! Ich muss sofort zu ihm! Sofort! Majestät! Majestät! Seine Majestät wünscht seine Konkubinen nicht zu sehen. Ich bin sicher, der Kaiser möchte noch einmal seinen Sohn sehen. Solltet ihr weiterhin stören, habe ich den Befehl, euch verhaften zu lassen. Vater! Vater! Seijun, mein Sohn, komm her zu mir. Eure Majestät, ihr habt keinen Nachfolger bestimmt. Majestät, soll Seijun euer Nachfolger werden? Ja, natürlich soll er mir auf dem Thron nachfolgen. Er wird das Reich zu neuer Größe führen. Majestät! Nehmt uns einen Titel für seine Regentschaft. Mit dem letzten Atemzug des Kaisers wird dem Protokoll Genüge getan. Tongzhe heißt die Regierungsdevise des neuen Kaisers. Gemeinsam herrschen. Im Jahre 1861 besteigt Tongzhe den Drachentrungen. Ein sechsjähriges Kind ist Herrscher über ein Weltreich. Faktisch jedoch hält seine Mutter alle Macht in Händen. Die Konkubine Jehenara sollte unter dem Namen Sishi in die Geschichte eingehen. Verbeugt euch für den Kaiser! Kniet nieder! Der Kaiserliche Hof aber ist auf eine sich verändernde Welt außerhalb der Palastmauern nicht vorbereitet. Die Beamtenelite Chinas wurde in der Han Lin Akademie ausgebildet. Basierend auf den Lehren des Konfuzius aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Lehren, die zur Vollendung der Harmonie zwischen Herrschern und Beherrschten führen sollten. Die Vorbereitung auf das Zusammentreffen mit Ausländern, ihren kommerziellen Interessen und dem individuellen Wettbewerbsdenken stand nicht auf dem Stundenplan. Doch ist ein politisches System, das auf uralten Ritualen, der Wiederholung des Immergleichen basiert, überhaupt reformierbar? Als der volljährige Dungzel formal die Herrschaft übernimmt, garantiert seine Mutter Sishi den Erhalt des Status Quo. Die Edikte erlässt zwar der Kaiser, die Entscheidung aber fällt die allmächtige Kaiserin Witwe, die hinter einem Vorhang die Audienzen verfolgt. Die Steuern in einigen Teilen der Provinz zu senken. Schon Zeitgenossen nannten diese Praxis Herrschaft hinter dem Vorhang. Sishi ist nicht willens, ihre Macht und ihre Privilegien abzugeben. Wie lautet eure Entscheidung, Majestät? Das Ersuchen wird abgelehnt. Ein in der chinesischen Geschichte einmaliger Vorgang. Sishi überschreitet damit die Grenzen der Tradition, deren Bewahrung sie durchsetzen will. Der Himmelssohn wird zum Statisten degradiert. Unverrückbar. Tungtze, hinter den Mauern der verbotenen Stadt aufgewachsen und sein Leben lang von Eunuchen umgeben, sucht Zuflucht in weltlichen Vergnügungen. Inkognito unternimmt er immer häufiger Ausflüge in das Nachtleben Pekings. Der Kaiser, der über einen Harem von Konkubinen verfügt, verkehrt mit gewöhnlichen Prostituierten. Er flüchtet von einer Scheinwelt in eine andere. Er raucht Opium, obwohl der Konsum des von den Briten ins Land geschärften Rauschmittels laut kaiserlichem Befehl mit dem Tode bestraft wird. Seine Gesundheit hält diesem Lebenswandel nicht lange stand. Im Jahre 1874 stirbt er. Nicht einmal 20-jährig. Glaubt man den Annalen des Hofes, soll Cixi vor Kuma geklagt haben. Ich dachte, ich könnte mit meinem Sohn als Kaiser glücklich sein. Als er starb, war ich eine andere Frau. Denn all mein Glück war vorüber. Dennoch bleibt ihr, wenn Cixi sie tatsächlich empfand, keine Zeit für Trauer. Denn die Frau des Verstorbenen, ihre Schwiegertochter Alute, ist schwanger. Das ungeborene Kind bedroht nach dem Tod des Kaisers Cixis Stellung in der Hierarchie der verbotenen Stadt. Brechte Alute einen Sohn zur Welt, gäbe es einen Thronfolger und die junge Witwe nehme Cixis Rang ein. Sie schießt Lösung ihres Problems, kommt einem Staatsstreich gleich. Gegen den Willen der höchsten Beamten ernennt sie ihren erst dreijährigen Neffen zum Thronfolger. Und lässt ihn umgehend in die verbotene Stadt bringen. Den neuen Kindkaiser Guangchu sollte das gleiche Schicksal erwarten wie seinen Vorgänger. Die Zeit im Reich der Mitte steht still. Eisern hält Cixi die verbotene Stadt im Griff. Sie sieht sich auserwählt, die große Tradition des chinesischen Kaisertums zu bewahren. Doch gefangen in ihrer eigenen Welt übersieht sie die Zeichen des heraufziehenden Unheils, das vor den Mauern der verbotenen Stadt nicht Halt machen wird. Das chinesische Reich ist eine rissige alte Fregatte, ließ bereits 1795 ein britischer Gesandter seinen König wissen. 100 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Die chinesische Gesellschaft steckt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert noch immer in mittelalterlichen Strukturen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Das Rechtssystem barbarisch. Die Ausländer hatten zwar die Eisenbahn ins Reich gebracht, doch der liegende Drache wird als Teufelswerk angesehen. Denn das Transportmittel bedroht die Lebensgrundlage hunderttausender Senften- und Lastenträger im Reich. Auch Sichy hat für die Technik der westlichen Teufel nichts übrig. Dennoch schwirrt sie auf ein Haarfärbemittel aus Paris, das die Haare nicht aber die Kopfhaut färbt. Mit zunehmendem Alter wird die Eitelkeit des alten Buddha, wie sie sich gerne von Vertrauten nennen lässt, zur Manie. Eine Anekdote zufolge verlangte sie, dass ihr herausgerissene Haare wieder an den Kopf geklebt wurden. Die Eitelkeit beschränkt sich aber nicht nur auf die eigene Erscheinung. Sie lässt einen neuen Sommerpalast errichten. Mit Geldern, die zur dringend nötigen Modernisierung der chinesischen Flotte vorgesehen waren. Das Boot aus Marmor, das ihrer Unterhaltung diente, sollte das einzige Schiff bleiben, das je von den Flottengeldern gebaut wurde. Im Jahre 1900 entlädt sich die aufgestaute Wut des Volkes. Nicht jedoch gegen Sichy und die herrschenden Qing, sondern gegen die westlichen Teufel, die Ausländer. Die Sekte der Boxer behauptet, der Einfluss der Fremden sei der Grund für den Niedergang Chinas. In der verbotenen Stadt ist man ratlos, wie man auf die Volksbewegung reagieren soll. Würde man die Geiste wieder los, wenn man sie erst einmal rief? Oder sollte man die Rebellion wie jeder andere auch einfach niederschlagen lassen? Kaiser Guangzhou, sie schießt Marionette auf dem Drachenton, fürchtet die Reaktion der Ausländer auf eine gewalttätige Provokation. Wir stehen heute vor der Frage, ob wir diese abergläubische Sekte gegen die Ausländer unterstützen sollen. Ich kann nur davor warnen. Ich bin anderer Ansicht. Wenn wir uns schon nicht auf ihre übernatürlichen Kräfte verlassen können, sollten wir uns dann nicht auf das Herz des Volkes verlassen? China ist schwach. Das einzige, worauf wir zählen können, das war seit jeher so, ist das Herz des Volkes. Auf Xixis Ratschlag wird ein kaiserliches Edikt erlassen, in dem die sogenannten guten Elemente unter den Boxern zu regulären Truppen ernannt werden. Die schlechten Elemente sollen befriedet werden, was immer das zu bedeuten hatte. Verstanden wurde es als ein Freibrief, sie schießt für die Boxer, mit dem Zerstörungswerk zu beginnen. Das Viertel der ausländischen Gesandten liegt in unmittelbarer Nähe zur verbotenen Stadt. Hier leben rund 3.300 Diplomaten, ihre Familien sowie einige Dutzend Soldaten zur Bewachung. 60 Tage lang wird das Gesandtschaftsviertel beschossen und belagert. Obwohl zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen, gelingt es den Europäern, sich gegen die anstürmenden Boxerhorden zu verteidigen. Der glühende Hass der Bauernhorden kann ihre fehlende militärische Ausbildung nicht wettmachen. Xixis Einschätzung ändert sich binnen weniger Tage. Die Boxer, urteilt sie nun, seien nur Vagabunden, die Häuser in Brand stecken und Menschen töten und dadurch eine chaotische Lage heraufbeschwören. Diener, hierher! Geh hinaus und sag ihnen, sie sollen mit dem Kämpfen aufhören. Ich kann bei dem Lärm nicht schlafen. Los, beeil dich! Durch das Leben innerhalb der Mauern des Palastes hatte sie offenbar jeden Sinn für die Realität verloren. Man hat den Eindruck gewonnen, dass eigentlich am Hofe eine konservative Gruppe von Manschuren am Werke ist, denen es an politischer Durchsicht, auch an politisch aktivem Handeln mangelt und dass dies eigentlich für China eine Katastrophe darstellt. Eine kurzfristige Folge war, dass die Boxereignisse dazu geführt haben, dass die westlichen Mächte wiederum ein Expeditionskorps nun ausmobilisiert haben und nach China verschifft haben. Dieses Expeditionskorps hat sich dann nach Peking aufgemacht mit dem Ziel, die Hauptstadt zu erobern, sodass also die Kaiserin Witwe Zirschi zum zweiten Mal gezwungen wurde, die Hauptstadt fluchtartig zu verlassen. Dass es einmal so weit kommen musste, soll sie gesagt haben, als die Truppen der Westmächte vor den Toren Pekings liegen. Sie bedauerte jedoch nicht ihre fehlgeschlagene Politik, sondern dass sie sich zur Tarnung ihrer Flucht wie eine gewöhnliche Chinesin kleiden musste. Den Annalen des Hofes zufolge schlägt eine verirrte Kugel in ihren Palast ein. Sie ist wie ein Fanal des bevorstehenden Untergangs. Im Herbst des Jahres 1900 fliehen Zixi und Kaiser Gong Ju aus der verbotenen Stadt. Fast 50 Jahre zuvor hatte sie zum ersten Mal diesen heiligen Ort betreten, an dem alles Handeln der Bewahrung kosmischer Harmonie galt. Ihre Herrschaft hatte den Untergang der alten Ordnung nur verzögert. Verhindern konnte sie ihn nicht. Nach ihrer Flucht war der Nimbus der verbotenen Stadt für immer zerstört. Die Europäer, die bald auch auf die Hauptstadt einnehmen, machen ihrem Ruf als Barbaren alle Ehre. Teile der verbotenen Stadt werden geplündert. Was den Chinesen jahrhundertelang als Zentrum des Universums galt, nutzen die Eroberer als Kaserne. Ein französischer Diplomat schreibt dennoch ehrfürchtig, die Dinge hier tragen ein nie geschautes Gepränge von Alter und Geheimnis. Es ist ein einziger grandioser und düsterer Saal, ganz in verblichenem Gold. Die verbotene Stadt hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Sie ist und bleibt ein einmaliges Zeugnis einer fremden, fernen Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017